Hallo und ein herzliches Willkommen zurück auf Octria Mit Millennia Und Emi Ja, und Emi, genau Ich hab gesagt, ich begrüß mich jetzt mal selber Was wird der sonst immer vergessen? Hä, nein? Hä, doch? Letzte Zeit begrüß ich dich immer Naja, manchmal Immer Immer, manchmal Manchmal, immer Genau Einigen wir uns auf manchmal, immer Einigen wir uns auf Immer Mal gucken, dass wir hier Ähm Diesem Part kommst du ja zu mir, ne? Entschuldigung, dass ich dich hier unterbrochen habe Macht nix Bin sowieso gerade am ersticken Ähm Mal gucken, dass wir hier die Schafe jetzt langsam mal rüber bekommen Ich weiß nur nicht, ohne Gras lohnt sich das ja noch nicht, die hier rüber zu stellen Ähm Und Erde hab ich ja noch keine Die muss ich jetzt ja erst farmen Wieder Das musst du wirklich Ja Das, äh Ähm Wie macht man ne Kaffeemaschine? Du meinst ne Braustand? Ja Ähm Da brauchst du ne Lohnroute für Ähm Und ich glaube, die wirst du nicht haben, oder? Nö Ähm Ähm Was sieht aber dann aus wie ne Kaffeemaschine? Ja, ich nehm meine Lohn, äh Äh, Lohn, nein Braustand Ähm Ich weiß nicht, keine Ahnung Was du da noch nehmen könntest Ähm Hör auf zu lachen Guck auf dein Monitor Guck nicht auf mein Das ist nicht nett Ähm Ehm veräppelt mich immer Immer veräppelt sie mich Nö Ich sitze hier, bin krank Hab Schnotten im Kopf und so Und sie veräppelt mich die ganze Zeit Ja, wieso veräppel ich sie? Du veräppelst mich Und wie bitte? Na, so, wie du das immer tust. Ich veräpple dich nicht. Da muss ich jetzt meinen Einspruch ergreifen. Erheben heißt das. Erheben. Doch, Emmy ergreift. Das wird drastische Maßnahmen ergreifen. Ich werde drast... Hä? Hä? Das ist gut, ja. Das sagt alles, Emmy. Alles ist gut. Vielleicht hast du Schnauzen im Kopf und nicht ich. Ich werde drast... Mare... Lass es einfach. Besser ist das. Ich muss jetzt gleich mal eben die Behutsamkeitshacke holen. Ich werde drast... Mare... Drastische, heißt das. Drastische Maßnahmen ergreifen. Ich werde drastische Maßnahmen ergreifen. Okay. So. Und wieso ist der Weg so breit? Weil ich den so breit gemacht habe. Du hast nie einen Weg so breit gemacht. Der ist drei breit. Der ist halt nur diagonal. Also, darüber. Deswegen ist der anders. Hä? Sieht der breiter aus. Ja, ja. Das ist so. Aber es ist eine Dreierbreite am Ende. Das ist eine Viererbreite. Guck. Eins, zwei, drei, vier. Nee. Oh. Entschuldigung. Hab mich verrechnet. So, jetzt mal... Oh Gott. Also, diese Wege machen ist ja auch echt übel. Ähm... Mit Schnoddern da im Kopf. Ich denke schon, dass das ziemlich übel ist. Och, das... Das... Das geht eigentlich. So. Ähm... Ich will ja die Wege einmal komplett fertig machen, damit wir eben die Zäune machen können für die Schafe. Und dann können die nämlich schon hierher. Auch wenn noch kein wirkliches Gras da ist. Aber das kommt jetzt ja nach und nach auf jeden Fall. Kann man Betten nicht stacken? Betten kann man nicht stacken, nein. Wieso nicht? Das weiß ich auch nicht. Das geht einfach nicht. Nein. Ähm... Und wie geht's dir denn heute? Mir? Ja. Ja. Oh, und ein paar, ähm... Leute haben im TS mir was gefragt. Ja? Ob wir beim Aufnehmen immer nebeneinander sitzen. Ja, das tun wir. Das habt ihr bestimmt auch gerade gemerkt, wie sie sagte. Guck nicht auf meinen Monitor. Ah. Ja, wir sitzen nebeneinander. Genau. Beim Aufnehmen. Und zwar sitzt Emmy dann beim Akondo am Schreibtisch und wir sitzen nebeneinander. Müssten wir aber nicht. Ungefähr ein Meter entfernt voneinander. Und das ist auch gut. Sagen wir ein Viertel. Na gut. Ähm... Apfel... Oh, da gibt's... Es ist lecker, Apfel, lecker. Apfel, nimm, nimm, nimm. So, meine Behutsamkeitshacke brauche ich. Ähm... Ist es? Da ist er. Ich hab's da. Äh, hast du nen... Bevor du dich auf den Weg machst, hast du... Ich komm sowieso gleich zu dir. Oh. Was, was willst du haben? Hast du vielleicht nen Kleiderständer? Einen Kleiderständer? Du meinst nen, äh, Dings? Ja. Einen Rüstungsständer? Ja. Ne. Also hab ich nicht. Und wie... Macht man einen? Äh... Puh, du kannst fragen, fragen mit Stöckern. Also ich weiß aus Stöckern, aber, ähm, das genaue Rezept, das kenn ich leider nicht. Ich frag einfach Google. Ja, also Google weiß so Dinge. Google ist da eigentlich immer ganz schlau. So. Ich glaub, Birkenlaut müssen wir dann auch nochmal machen. Muss irgendwie noch mehr Licht rein. Das ist alles so, so dunkel. Vielleicht können wir da nochmal, äh, so hängende Lampen reinpacken, wie da. Ähm. Da hast du... Warte. Was ist das denn? Hä, wieso klicke ich immer überall drauf? Was ist das denn? Oh. Äh, ein aufs Eis. Hm. So. Ähm, wie viel hab ich denn noch? Ein Laub noch. Yay. Toll. Ähm. Juhu. Ich find hier nix mit Rüstungsstände. Ähm. Warum guckst du denn bei Bildern? Guck doch, ähm, guck doch im Wiki. Da ist es doch. Oh. Bin ich in die richtige Richtung? Ja, ich bin in die richtige Richtung. So, dann, ähm, geh ich eben kurz in den Keller und mach mal kurz die Truhe hier leer. Bringst du mir Stecker mit? Äh. Und eine normale Platte, eine Stein... Platte? Müsste eigentlich alles im Haus sein. Äh, okay, Holz hab ich eh, brauchst du nicht? Mhm. Mein Schlüssel hab... Okay. Ich kann die Tür ja... Oh, ich hab keinen... So, ich bin da. Ich klingel grad bei dir. Ja, ich bin da, guten Tag. Was möchtest du? Ich möchte mal in dein Haus. Ja, bitte. Hashtag Wohnung. Ich brauch nämlich etwas. Ach, hier ist auch noch ein schwarzeichen Setzling. Und auch noch ganz viel Sandstein. Das können wir eigentlich auch nochmal in Erde eintauschen. Ähm, hier ist auch noch ein Erde. Mal eben alles rausholen. Was ich hier so brauche und, äh, was wir so eintauschen können. Das nehmen wir mal mit. Das kann hier bleiben. Das auch erstmal alles. Ähm. So. Das weg. Weg. Möchten Sie zu mir? Warte, ich zähle eben wie viele. Was zählst du? Äh, die Stecker, wie viele ich brauche. Ach so. Ich hab, äh, neun Stück habe ich. Ne, ich hab. Ja, okay. Acht Stück. Das, das, das. Okay. Haben wir hier noch irgendwie Sandesteine nämlich auch mit. Dann können wir das, wie gesagt, gleich eintauschen. Ähm. Oh, hier ist noch Birkenlaut. Sehr schön. Essen. Ich brauche Essen. Ich hatte hier schon mein Essen reingeräumt. Ofenkartoffeln sind super. So. Dann, äh, mache ich mich einmal zum Spawn auf. Und dann kommst du zu mir? Fragezeichen. Ja, dann komm ich zu dir. Nur eben schnell, ähm, das bisschen, was ich hier an Sandstein habe, gleich mal eintauschen, weil dann ist das nämlich auch aus den Kisten mal weg. Ja, kannst du ja machen. Liegt ja nicht rum. Ich verbiete dir hier ja nichts. So. Alle denken immer, wenn ich, ähm, gleich, gleich. Weil sonst, ähm, ja. Haus. Ich bin wieder da. Ich komm dann zu dir hoch. Darf ich reinkommen? Nein, du musst erst klingeln. Oh, ich hab der Erde genommen. Ich hab Dreck ins Treppenhaus geworfen. Klingeling. Hallo. Hallo. Kommt rein. Gut. Ich bin da. Schuhe abgeputzt? Ja, natürlich. Hier ist nämlich Teppich. Ja, ja, ja. Okay. Das hier ist, äh, was ist denn das hier? Das ist deine Küche? Ja. Okay. Mit Insel. Ich mag das immer, wenn da so... Da fehlt aber ein Ofen. Ja, alles noch gleich. Okay. Alles klar. Nee, warte, guck. Hier, wir machen zuerst hier, ne? Hm. Schlafzimmer, aha. Guck, hier denken immer alle. So. Ach, dann willst du dich da reinstellen. Ah, ja. Nein, obwohl das nur so ist. Ah. Okay. Und das lach ich eigentlich immer offen. Okay. Und das ist jetzt dein Badezimmer. Genau. Okay. Sehr schön. Und hier geht's dann auch wieder raus. Mhm. Gut, ja, bis jetzt gefällt mir das ganz gut. Hier ist mein Balkon. Weil der Balkon, da wird ja noch ein bisschen geändert. Wie? Ja. Mit Farbe. Ähm, ich hab noch eine Frage, bevor du gehst. Ja. Ähm. Wie kann man Dings machen? Was denn? Ähm. So ein Teil. Was für ein Teil? Du musst schon, äh, ein wenig, ähm, ausführlicher werden. Was meinst du? So einen, äh, wo man Wasser reinmachen kann. Einen Kessel. Ja. Dann nimmst du Eisen. Und zwar, ähm, wie eine Lore, beziehungsweise wie ein Boot, nur eins höher. Jetzt ist nur die Frage, hab ich Eisen? Äh, im Lager ist Eisen. Auf jeden Fall genug. So, dann spring ich hier mal rein. Ich mach da nur ein Point. Ich mach da einen Point, ne? Ja, komm hier aus. Und. So. Ähm. Mhm. Ach, jetzt doch, hab ich noch normale, aber die reichen wohl nicht. Mehr. Wer kam denn da jetzt? Ich hab's aber wieder nicht gesehen. Zack, cool. Ja. Äh. Der wurde ja rausgeschmissen, wenn ich fünf Minuten, äh, nicht da sein. Huch. Das wird aber schöner. Äh. Drei. Okay. Das passt genau. Okay, cool. Ah, aber da fehlt mir ein Zaun. Eine Höhe fehlt da. Und fuck cool ist neu gekommen. Ich sag immer, es ist fuck cool. Ja, du verwechselst die beiden ja mal. Ja. So. So ist das okay. Es ist aber nicht böse gemeint. Oder doch. Nein, Spaß. Hey, jetzt hör doch mal auf, mich zu schubsen, du Schaf. Ich dachte schon eh. Das ist vielleicht nicht nett. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. So. Alle. Dann. Danke. Gucken wir mal. Da ist auf jeden Fall eine Schwarz-Eiche gewachsen. Da sollten wir dann ein bisschen wieder was mit machen können. Oh, da ist ja ein Pferd. Oh, ich knüpfe. Das ist okay. Das ist okay. Oh, aber nicht. Kaninchen. Nicht darauf. Sprengen. Okay. Hä? Jetzt brauche ich noch Setzlinge. Bitte. Ich hoffe, die kommen da gleich runter. So, ähm, das, was hab ich gesagt, Zaun brauch ich jetzt noch. Zaun, das reicht. Und, äh, wartest du auf irgendwas? Äh, nein, ich hab hier nur das, ähm, gelesen. Achso. So kann man nämlich, ähm, mit Slashignorier und dann den Spielernamen halt, ähm, ignorieren, dann kriegst du von denen keine Nachrichten mehr. Ja. Wenn du dasselbe nochmal eingibst, dann, ähm. Ja, das steht da im Chat. Genau. Ja. Das reicht. So. Oh nein. Kling, kling, kling. Du Schaf, geh mal da weg. So, bis hierhin machen wir dann das Stroh rein. Und dann passt das auch. Können wir hier an der Seite nochmal Wasser hinmachen. Ähm, ach, jetzt hab ich natürlich die Falltüren alle ausgepackt. Das ist natürlich. Okay. Meine Küche ist badubudu. Badububu. Badububu. Hier ist noch ein. Badububu. Nur ein Setzling? Hallo? Sei mal nicht so geizig, du Baum. Badububu. Meine, ähm, Küche ist fertig. Das ist schön. Das freut mich wirklich sehr. Ich brauche Falltüren. Das heißt, im Ende des Parts kannst du sie nochmal angucken. Okay. Ich brauche Falltüren. Aber Kling. Ja, natürlich. Ich würde doch nie einfach so irgendwie reinkommen. Hm. Das klappt nicht. Crunchy. Warum sind mir hier keine Falltüren? Ach da. Äh, ja. Doch sind Falltüren da. Man muss halt nur genau gucken. Ähm. Ja. So. Schalala und Schalali und Schalalo und so. Oh, jetzt habe ich die Wassereimer vergessen. Ah. Ja, so. So kann es einem gehen. So. Wassereimer. Wassereimer, Wassereimer, Wassereimer. Hallo, Eimer. Wo habe ich denn die Eimer gelassen? Da. Da habe ich Eimer. Wenn man einen Stock mit einem Stock, äh, Dings, ähm, ach stimmt, das war ziemlich doof. Wenn man einen Stock mit einem Stock halt, wie heißt das, steckt, ähm, heißen dann beide Stock. Ja. Äh, verändert sich ja an der Bezeichnung nix. So. Ja, aber wenn man einen Stock, mit einem Stock was anders heißt, steckt. Äh, nee, das geht nicht. Das kann man ja nicht. Ich habe aus Versehen den Kessel mit, ähm, Dings, mit einer Dings abgebaut. Äh, nee, das wird aber, denke ich, nichts ausmachen. Ne, ist kaputt geworden. Ja. So. Ach, jetzt habe ich kein Wasser mitgebracht. Oh, Mann. Also, heute ist das eine Hin- und Herrenner... Rai? Äh. Der Baum hat ein Schaf getötet. Der ist wohl gewachsen. Geht's meinen Hühnern gut? Die Schafe sind mir eigentlich erstmal relativ, ähm, egal, weil die hier, das sind Farmschafe. Die wichtigen, die stehen drüben, Violetta und, äh, eine Jep. Violetta! Ah, hat Spaß. So. Okay. So, über diesen Brunnen muss ich mir auch nochmal Gedanken machen, ne? Das ist ja irgendwie... Mir will da nicht so richtig was einfallen, wie man einen schönen, großen Brunnen machen kann. Hier wächst der nicht. Dann stellen wir den ein wenig weiter hier hin. Aber Schafe, ihr solltet da weggehen. Wollen wir sind gefährlich. Du hast 58 Diamante? Ja. Hab ich. Oh. Ah, ist ganz schön, ganz schön viel, ne? Ja. Hm, finde ich auch. Also, es läppert sich so langsam. Das kommt, weil ich auch gar keine wirklich verbrauche. Ähm, ich hab jetzt für meine Hacke, meine Axt, hab ich gebraucht, äh, drei Stück zum Reparieren. Aber sonst brauche ich ja eigentlich gar keine, denn meine, ähm, meine Hacke hat ja Reparatur. Ja, ich hab nix. Ach, du Arme. Ich bin nicht arm. Eine Runde Mitleid, Femi. So, dann würde ich hier jetzt einfach den nächsten Unterstand hinmachen. Hier. Genau. Na, und dann, äh, huch. So, machen wir da den nächsten hin. Ne, das Teil ist kaputt gegangen. Echt? Ja. Oh. Meine Mine. Und wie viel Uhr? Ändert sich die Uhr immer? Ich hab das Gefühl, sie ändert sich. Also, bei mir hat sie sich ganz drastisch geändert. Bei mir eigentlich jetzt auch. Bei mir ist das immer um halb fünf. Ah. Können wir hier mal fragen? Ja. The Tee-Sport. Hashtag Tee-Tee. So. Der Part ist auch gleich. Ah, schon wieder. Oh, Mann. Das ist ja übel. Okay. Ähm. Ja. Lass mich hier noch eben schnell das, äh, fertig machen. Schaf geht noch mal weg. Nein, du sollst hier weggehen. Sei doch nicht so stürmisch. Das ist doch kein Esel. So. Wie hoch habe ich das da? Drei hoch, ne? Genau. Ähm. Das ist auch noch Schwarz-Eichen-Pulsch. Äh, jetzt schreiben erst alle Bye-Bye. Ja, das ist meistens, ähm, schreibe ich das auch viel zu spät. Okay. So, hier können wir nochmal die Erde rausnehmen. Dann können wir hier das Loch beinahe stopfen. Ähm, dann kommt hier auf jeden Fall noch, äh, Heuraufen hin. Hier, das Ding kommt oft wieder ein Wassernabend dran. Wenn du Dings brauchst. Also Wasserdruck. Ich hab, ähm, Stroh, ne? Zwölf Steckbänen gekauft. Ja, also ich hab, äh, nichts mehr an Stroh jetzt. Aber der Pferdestall ist fertig und so viel brauchen wir hier ja auch gar nicht. Das sollte eigentlich passen. Okay, gut. Dann würde ich jetzt sagen, beenden wir erstmal den Part. Ich werde, ähm, gucken, dass ich noch ein bisschen Coinsfarm und Erde besorge. Und, ähm, ja, im nächsten Part machen wir weiter. Ne? Okay, also bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.